Herzlich willkommen wieder mal hier auf Mothers Class Channel. Heute ist der vierte Tag der Sneak Peaks zum großen Dezember Update und heute hat Supercell nur noch mal ein Recap von den letzten drei Tagen rausgehauen, aber mit ein paar kleinen Änderungen von den letzten Tagen. Ein paar Aspekte wurden nämlich geupdatet, denn das Feedback von der Community ist ziemlich ziemlich groß, größtenteils auch relativ negativ, da viele denken, dass dann ab sofort das Farmen aussterben wird, da es keine Rathäuser mehr gibt, die gesnipet werden können. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass das relativ positiv sich auswirken wird, denn wer hat denn schon gefarmt, indem man nur Rathäuser gesnipet hat? Es stimmt schon, dass Rathäuser herauszustellen eine relativ hohe Sicherheit dafür waren, selber abgefarmt zu werden, aber wenn man jetzt wirklich durch die neuen Schildänderungen hat, man auch wirklich größere Möglichkeiten, sich selber auch zu verteidigen und ich glaube, dass sich das Ganze dann wieder ausbalancieren wird. Jetzt aber zu den neuen Sachen, die Supercell in den letzten paar Tagen noch geändert hat. Und zwar gibt es ja einen 12-Stunden-Schild ab 30% Zerstörung, einen 14-Stunden-Schild ab 60% und einen 16-Stunden-Schild ab 90% Zerstörung. Wenn aber der Angreifer nur die Hälfte seiner Truppen einsetzt, gibt es gar kein Schild für den Verteidiger. Das wurde jetzt geändert auf ein Drittel der kompletten Armee. Und diese komplette Armee wird auch noch daraus berechnet, aus dem maximalen Platz, den das Verteidigende-Rathaus-Level haben kann. Also wird es berechnet, zum Beispiel bei mir Rathaus 9 sind das 220 Plätze plus die Helden, die jeweils mit 25 Platz berechnet werden. Also wäre 270 das Maximum, wenn mich jemand angreift. Dann wurde außerdem geändert, dass es auf jeder Champion-League auf allen Leveln davon 30 Minuten kostenlosen Dorfbeschützer gibt. Nicht mehr die 15 Minuten von Bronze 3 bis hoch in Champion 1, sondern alles in Champion kriegt 30 Minuten freien Dorfbeschützer. An den anderen Sachen wurde bis jetzt nichts mehr groß geändert. Es wurde nur noch einmal alles hübsch und schön knapp zusammengefasst. Außer ein paar kleine Sachen wurden noch angemerkt. Neue, andere Änderungen. Und zwar kostet das Erneuern von Fallen viel, viel weniger. Nämlich wurde es um 75% reduziert, was es bis jetzt kostet. Im Durchschnitt von allen Fallen. Zudem wird auch der X-Bogen ab sofort deutlich weniger kosten. Ungefähr 70% werden da die Kosten reduziert. Und die Zeit, bis man angegriffen werden kann, wenn man offline gegangen ist, wird von einer Minute auf 5 Minuten angehoben, damit man nicht direkt, wenn man aus Versehen offline geht, wieder angegriffen werden kann. Das war es so mit dem heutigen Sneak Peek. Viele sind auch wieder etwas enttäuscht, da nichts allzu Neues dazu gekommen ist. Aber ich glaube, das ist ganz gut, weil die Änderungen aus den letzten Tagen waren wirklich sehr, sehr riesig. Und man muss das jetzt alles erst einmal sacken lassen. Ich bin immer noch gespannt, was dann endlich morgen hoffentlich mit neuen Truppen, neuen Gebäuden, sonst was losgeht. Und bis dahin wünsche ich euch wieder viel Spaß hier auf Masses Clash Channel.